Hallo, hallo, ich will mal die beiden Männer abholen. Oh, ich fand's eigentlich cool und ich hoffe, mein Vater auch. Also, natürlich musste er sich manchmal gegen seine Frauen durchsetzen. Aber er hat das schon mal ganz gut geschafft. Vielleicht war er deswegen so powerful. Also, da ist jemand anderes. Her Name ist Emily. Und sie ist in Ordnung für eine lange Zeit. Sorry. Und sie ist in Ordnung für eine lange Zeit.